willkommen zu einem neuen game und zwar a house for alessa ich habe nur ein paar ausschnitte gesehen und es ist ja ich würde sagen leute die so 2d games mögen auch gerade richtung mad father habe ich auch gespielt und in der beschreibung verlinkt und unter anderem auch zum beispiel es hat mich sehr stark an franbo erinnert und an sally face also sehr gruselig und sehr absurd ich glaube es genau das worauf wir bock haben deswegen würde ich gerne mal reinschauen meine community auf twitch hat jedenfalls bock beziehungsweise ihr seid ja überall denn die leute sagen euch gerade live hier im chat hallo deswegen kommt gerne vorbei auf www.twitch.tv slash nur unterstrich live würde mich sehr freuen und ich würde sagen wir gehen direkt mal rein machen new file keine ahnung was hier auf uns zukommt aber wir schauen jetzt mal wie das game ist und ich glaube es ist sehr sehr gruselig so dann machen wir mal new file ich gebe auch wieder in sachen übersetzung mein bestes für euch so bin sehr gespannt okay sollen wir die fußschritt sounds an machen wo wenn sie das schon fragen könnte das glaube ich nervig sein ich weiß es nicht vielleicht ja und wenn es nervt machen wir es aus wenn es noch geht machen mal ja 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 okay disable m crt den crt filter würde ich ausmachen oder sollen wir disable enable was sagt ihr das ist so krisselt okay dann machen wir aus ja ich glaube wir mögen die meisten ähnlich warning des game contains explicit ok pixelated blood pixelated creationswithilент 46 zerstörende themen ei 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 ok ich schreibe das mal hier gleich mal auf dass wir nicht schlechter warnungen haben nein ich möchte das entendeu nichts geben Ich mach den Filter gleich mal aus, oder? Das bin ich. Oh Gott. Hello there. Hallo. Ich möchte dich etwas fragen. Hattest du jemals Nägel unter deinen Fingernägeln? Also Leute, wenn euch gruselige Menschen fragen und euch ansprechen, ob ihr schon mal Nägel unter den Fingernägeln habt, dann rennt ihr bitte nach Hause. Ähm, ich darf nicht mit Fremden reden. Oh, ich sehe. Aber ich bin doch kein Fremder. Ich bin ein Freund. Ich möchte dein Freund sein, Alessa. Das ist gruselige Shit, ey. Woher weißt du meinen Namen, Mister? Wer bist du? Ich bin Mister Bob, dein neuer bester Freund. Ich habe bereits Freunde. Nein, danke. Wirklich? Ähm, warum spielst du denn hier alleine? Warum spielst du mit... Genau. Ähm, Ben, why aren't... Okay, also wirklich? Warum spielen sie dann nicht mit dir? Warum spielst du hier alleine? Äh, sie... Warum lügst du, Alessa? Ich weiß, dass du keine Freunde hast. Und deine Eltern kümmern sich auch nicht um dich. Du bist ganz alleine und traurig. Ach, was für eine schreckliche Welt. Ich gehe jetzt nach Hause. Nach Hause? Ich habe eine bessere Idee. Warum kommst du nicht in mein Haus? Du kannst Teil meiner Familie sein. Oh mein Gott, es geht in so eine schreckliche Richtung. Wir lassen uns niemals... Wir lassen dich niemals alleine. Wir spielen jeden Tag. Es wird fantastisch. Mom, Papa, Hilfe! Wenn deine Eltern nicht daheim sind. Ich weiß, dass deine Eltern nicht daheim sind. Warum lügst du? Oh mein Gott. Weißt du, was passiert mit den Kindern und den Lügen? Die werden von Monstern gegessen! Oh, es war nur ein Traum. Oh, schon wieder ein Traum. Mhm. Nein, kein Traum. Eine Erinnerung. Oh je. Okay. Okay. Ich glaube, das Game ist wirklich nichts für Leute mit schwachen Nerven. Dieser Mann, Mr. Bob. I barely managed to run back home and escape. Ich bin gerade so entkommen oder kaum entkommen. Ich habe es gerade so geschafft, nach Hause zu rennen und von ihm zu entkommen. Ähm, er hat mich gejagt. Ich habe es meinen Eltern erzählt und sie haben mir nicht geglaubt. I guess the mention of Mr. Bob in human appearance didn't have. Ich glaube, dass ich erwähnt habe, dass Mr. Bob eine nichtmenschliche Gestalt hatte, hat nicht geholfen. Nur meine, ähm, nur meine Einbildung sagten sie. Naja, wie auch immer. Ich muss mich jetzt erst einmal beruhigen und runterkommen für morgen. Ähm, there's no point in getting stressed. Oh, was, es bringt nichts, jetzt gestresst zu sein. Äh, vor etwas, was vor 18 Jahren passiert ist. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. A house for El Alessa. Also ich bin wahrscheinlich Alessa, ne? Mir gefällt die Story schon. Ich mag das, wenn es so krass losgeht. Ich habe einen neuen Fall unterschrieben. Äh, Potential situation of child neglect. Oh je, geht es hier um, bin ich beim Jugendamt? Geht es hier um Kinder? Dings? Ich will es gar nicht aussprechen wegen YouTube. Ein altes Haus, ähm, in the outskirts of the city. Also ein Haus sehr abgelegen von der Stadt. And a family that never leaves their home. Eine Familie, die niemals ihr Zuhause verlässt. Also bin ich quasi Jugendamt? Schau jetzt, was in der Glätt heißt. Ah, Vernachlässigung, ja. Okay, ein Kind wurde vernachlässigt. Ich bin also im Jugendamt. They wanted me to come with a cop. Weil sie wollten, dass ich mit einem Polizisten komme. Aber ich habe es abgelehnt. Ähm, älte, also Familien reagieren nicht gut darauf, wenn ein Polizist, Polizisten dabei sind. Ähm, if they see me alone, it might be easier to gain their trust. Okay, wenn sie mich alleine sehen, werden sie wahrscheinlich schneller Vertrauen in mich haben, um mit mir zu kooperieren. Ah, okay, ich arbeite höchstwahrscheinlich beim Jugendamt. Passt es von der Lautstärke her? Okay, nice. Nur einige Fragen und dann gehe ich. Ich muss einfach nur nach dem, nach der Vernachlässigung des Kindes schauen. Das ist alles. Oder ob das Kind vernachlässigt wurde. Okay. Okay, süß. Okay, okay, okay. Lass mal sehen. Haus Nummer 446. Es sollten Flower, all Blumen draußen stehen. Press the direct key to move. Press set to enter. Or enter to confirm. Accept advanced text. Press Q to access the menu. X to area. Shift to run. Okay, also Q für menu. Ah, da kann ich schon mal speichern. Äh, okay. Items. Bone. Ich habe keine Zeit dafür. Okay, das heißt, hier komme ich in mein Menü. Ich mag die Geräusche, weil sie erinnern mich voll an seinen Till. Und ich liebe seinen Till. Für die, die es nicht wissen. So, okay. Und enter kann ich quasi dann. Okay, dann laufen wir doch mal und gucken, wo hier... Okay. Meine Füße sind so on the road, ey. Wie seltsam. Run, girl, run. Das ist nicht gut, girl. Hallo? Fängt ja schon mal toll an. Oh oh, sind das meine Erinnerungen? Kann es sein, dass ich meine Vergangenheit jetzt besuche? Hier hat es Blumen. Blumen. Hier. Was ist es? 446. Na dann. Meine Beine sind einfach nur trischig. Oh, hier ist schon alles so vermüllt. Schaut mal. Müll. Die kümmern sich hier um nichts. Oh Gott, wie sieht das Haus aus? Hier ist auch wieder Müll. Hello. Oh Gott, das volles runtergekommene Haus. Okay, hier bin ich also. Da gibt es keine Klingel. Also muss ich wohl in der Tür klopfen. Knock, knock. Oh, mein Handy klingelt. Oh, das muss Jack sein. Hey, Jack. Alessa, hast du... Ja, Jack. Ich bin vor dem Haus. Gerade eben. Ich wollte gerade klopfen, bevor du angerufen hast. Okay, okay, gut, gut. Bist du sicher, dass du keinen Schutz brauchst? Ich kann jemanden... Nein, mir geht es gut, Jack. Hör auf, die Angst zu machen. Wenn ich mich entschieden habe... Ähm... When I decided I wanted... Als ich mich entschieden habe, quasi eine Sozialarbeiterin zu werden oder wahrscheinlich Kinder-Jugendamt-Mitarbeiterin, wusste ich, dass ich für solche Situationen einfach bereit sein muss. Ich habe es immer schon geschafft, solche Dinge zum... Äh... Ich habe es immer schon geschafft, Dinge zum Funktionieren zu bringen. Erinnerst du dich? Äh, Jack, bist du noch da? Hm, Signal ist verloren. Ja, ganz komisch. Naja, wie auch immer. Los gehen, wir arbeiten. Klopf, klopf. Hallo. Klopf, klopf. Klopf! Es sieht niemand da zu sein. Hm, was soll ich tun? Nochmal versuchen. Schön nerven. Hm, vielleicht kommen sie morgen zurück. Oder ich kann einfach in einem Auto warten, bis sie zurückkommen. Naja, wie auch immer. Ich gehe jetzt mal zurück zum Auto. Ein Schrei! Jemand ist in Gefahr! Die Kinder, ich muss etwas tun! Ruf den Typen an! Investigate by yourself. Also Polizei rufen oder wegrennen. Oh, I'm not sure! I'm not sure! Wegrennen ist eigentlich, glaube ich, die beste Methode, oder? Kann ich das echt machen? Also, ich würde tatsächlich sagen Polizei. Ihr sagt es auch. Alle sagen Polizei. Sehr gut. Ich muss die Polizei anrufen. Jetzt! Verdammt! Ähm, ich hätte auf Jack hören sollen. Ähm. Ich hätte mit einem, äh, Polizisten kommen sollen. Oh, super. Kein Signal. Kein Signal. Was soll ich tun? Ja, dann muss ich ja wohl selbst untersuchen. Ich muss herausfinden, was passiert ist und ins Haus gehen. Mann! Ich würde zu meinem Auto laufen und würde da dann ganz in Ruhe einfach mal abchecken, ob ich da ein Signal habe, anstatt da allein reinzugehen. Okay. Ich bin so richtig aufdringlich nervig. Okay, dann müssen wir jetzt wohl irgendwo an der Seite rein. Vor allem, ich laufe so richtig freundlich, so, so richtig die Nette. So, lalalalalala. Hm. Oh. Oh, das Fenster ist offen. Ich kann reinklettern. Ja, das kommt ja sehr vertrauenswürdig, wenn du als Jugendamt-Mitarbeiterin ins Fenster kletterst. Geil. Oh, Mann. Liegt da nicht Geld? Das gehört uns nicht. Das können wir nicht nehmen. Oh, Gott. Sieht das furchtbar aus. Was ist denn das? Oh, Gott. Das hätte ich nicht erwartet. Diesen Sturz. Weil sie so weit runtergefallen ist. Ich glaube, ich kann nicht zurück. Oh, Mann, Girl. Ey, wirklich. Müll. Ein leerer Eimer. Okay, dann lass uns mal rausgehen. Ganz toll. Hm, ist versperrt. Ich habe keinen Schlüssel. Hm, ist auch versperrt. Ich habe keinen Schlüssel. Also, ich finde, die Footsteps nerven mich jetzt nicht sonderlich. Oh, eine Psychopuppe. Eine sehr gruselige Puppe. Oh, ein alter Spiegel. Soll ich einen Blick auf meine Reflektion machen? Ja. Schauen wir uns mal an. Oh, 2243. Ein Code. Okay. Gut. Ein Stuhl. Geht's mit den Schritten für euch? Oh, so viele Puppen. Das ist ein bisschen nervenaufreibend. Sehr gruselige Puppen. Oh, ich habe ein Foto gemacht. Ah, ich kann hier speichern. Ah, nice. Hat es gespeichert? Ja, nice. Okay. Ja, geht. Okay, super süß. Okay. Okay, dann lassen Sie uns mal diese Pflanze hier durchsuchen. Eine Plastikpflanze. Ach, das kann ja sich ja nur um Gnu handeln. Dieses Haus ist größer als gedacht. Oh, wir haben Licht. Sehr gut. Wieder eine Plastikpflanze. Sehr gruselige Puppen. Ey, wie ich mich in diesen Gang quetsche, ne? Meine Haare streifen so. Oh mein Gott, Hilfe. Was war das? Ein Stuhl. Trash. Oh mein Gott, kann ich nach oben? Kann ich nochmal anmachen? Bin ich jetzt tot? Ich konnte speichern, ne? Es kann tatsächlich sein, dass ich jetzt einfach sterbe. So, bitte einmal anlassen. Danke. Dass mich das nicht gewundert, ne? Was zur Hölle? Wie viele Menschen leben denn in dem Haus? Es ist leer. Kann es sein, dass die Puppen alles Kinder waren und die jetzt eigentlich Dad sind? Oh Gott, hier gibt es so viele Wege. Oder kann ich noch hier runter? Was gibt es hier, wenn nämlich hier nur einen Raum ist? Ah, es ist versperrt. Okay. Versperrt. Ich brauche einen Schlüssel. Okay. Maniac Mansion. Wir müssen gleich mal nach dem Spiel, gehe ich mit meiner Community hier im Chat mal ein bisschen durch Steam und wir gucken mal nach so ein paar geilen 2D-Games, die wir spielen. Es ist versperrt. Weil die haben oft eine geile Story. Mhm. Es ist wieder versperrt. Ah! Oh mein Gott. Oh. Und wer bist du? Ich bin Alessa. Ich bin Sozialarbeiterin. Ich habe ein paar Fragen über die Kinder. Wir haben keine Besuche erwartet. Was für eine schöne Überraschung. Ich bin die Mutter dieser schönen Familie. Mein Abmann arbeitet gerade und meine Kinder schlafen. Also bitte seien sie leise. Hat der Mann sie öfter gewirkt oder warum ist ihr Hals so lang? Ja, ich wollte nicht in ihr Haus kommen. Aber ich habe Schreie gehört und ich war besorgt. Es tut mir leid. Schreie! Ach, mach dir keine Sorgen. Das waren nur unsere Kinder. Das war das Haustier der neuen Kinder. oder das Spielzeug. Ähm, beziehungsweise das Haustier. Aber er weiß, was das Haustier war, ne? Keine Sorge um sich. Sie müssen keine Angst haben. Sie wollten mich etwas fragen, nicht wahr? Das hört sich doch wunderbar an. Ach, wir können einen kleinen Tee machen und dann reden. Ähm, I will help you. Ich werde dafür sorgen, dass sie sich wohlfühlen. Oh! Das ist mir an die Brust gegangen. Wo bin ich? Was passiert hier? Was ist mit diesem Haus jetzt passiert? Um Gottes Willen, ey. Das ist ja richtig cursed. Oh, da ist wieder ein Speicherpunkt. Den nehme ich doch gar schön ab. Fotografieren. Helfen Sie mir. Oh, okay. Was zur Hölle passiert hier? Konnte speichern. Das ist nicht gut. Was ist denn das? Was ist denn das? Gehen erst mal hier hoch. Oh Gott. Sind das Äpfel oder was ist das hier drauf? Oh, ich kann auch rennen. Oh, das gefällt mir gar nicht. Shit, ich kann auch rennen, ne? Oh, um Gottes Willen. Warum kann ich rennen? Okay. Das sieht aber dirty aus. Hä? Boah, hat sie jetzt geklingelt? Ah! Mann! Ich hasse dieses Spiel. Hallo? Die Löcher gefallen mir auch gar nicht. Jetzt vor allem seit Amnesia habe ich Angst, da was rauskommt. Was ist das hier für eine Hölle? Äh. Ich habe keine Ahnung. Oh, hier kann ich wieder speichern? Oder kam ich hierher? Ich glaube, ich kam hierher, oder? Nee, doch nicht. Oh, ähm, das sieht nicht so gut aus. Oh Gott. Ein Ball. Ich hatte genau den gleichen, als ich ein Kind war. Um ehrlich zu sein, habe ich ihn an diesen einen Tag verloren. Alessa, du bist gekommen. Ich bin so froh. Oh nein, der Vater ist der Mr. Bob, oder? Na ja, Vater. Oh nein, es ist so lange her. Aber ich wusste immer schon, dass du zurückkommen würdest. Nach allem. Ich werde immer noch dein Freund sein, um Gottes Willen. Ich bin wirklich gefasst gewesen, ne? Also ich habe es kommen sehen. Ich war richtig in mich gekehrt. Oh, wo bin ich? Was zur Hölle? Was ist passiert? Oh, du bist endlich wach. Gut, der Tee wird kalt. Warum bin ich, warum bin ich gefesselt? Ach, keine Sorge. Mach dir keine Sorgen darüber. Das ist nur, um sicher zu gehen, dass du nicht vom Stuhl fällst. Unfälle passieren, weißt du. Du musst vorsichtig sein. Bitte lassen Sie mich gehen. Die Polizei und mein Mitarbeiter wissen, dass ich hier bin. Sie werden kommen und nach mir suchen. Und dann werden sie ihnen Probleme stecken. Ha, ha, ha. Ach, mein Schatz, du bist so witzig. Wie auch immer. Ähm, ich bin bereit für das Interview. Also los, fangen wir an. Was sind deine ersten Fragen? Oh, should I play along? This person ist, soll ich jetzt mitspielen? Diese Frau ist absolut verrückt. Aber sie scheint gefährlich zu sein. Soll ich mitspielen? Soll ich sie beleidigen? Soll ich um mein Leben betteln? Oder soll ich sie fragen, ähm, ob sie, äh, ask her to turn you into a lamp? Ob ich, ob sie mich in eine Lampe verwandelt? Habe ich es gerade... Richtig übersetzt? Was für die Optionen, ey. Ach, in ein Lamm. Okay. Ob sie mich in ein... Ob sie mich in ein Lamm verwandelt? Oder was mal... Ist das irgendeine Redewendung, die ich nicht checke? Okay, wir spielen mal mit. Die Community will sie mitspielen. Okay, ähm, erste Frage. Wie viele Kinder leben hier? Ähm, wo sind sie jetzt momentan? Ich habe drei Kinder. Zwei sind Zwillinge. Ach, das macht mich sehr stolz. Ähm. Und ein 22 Jahre altes Mädchen. Die lebt im Keller. Das bin ich. Gerade eben, äh, right now the twins are in their... Äh, genau. Jetzt im Moment sind die Zwillinge in ihrem Zimmer. Sie spielen mit ihrem neuen Haustier. Ähm. Also, sometimes they are too playful. Ah, okay. Also, manchmal sind sie viel zu verspielt und töten ihr Haustier. Hä, hä. Was, ähm, für eine Art Haustier ist das denn? They like women in their 20s. Ha, 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 ha. Sie mögen Frauen in ihren 20ern. Sie locken sie immer hier rein und bieten ihnen quasi einen Babysitterjob an. Ist das krank. Oh mein Gott, ähm, was für eine Familie ist das? Wo bin ich denn hier nur reingeraten? Nächste Frage. Miss Alessa, habe ich recht? Ja, mein Name ist Alessa. Okay, zweite Frage. Wo ist Ihr Ehemann? Was arbeitet er? Sind Sie taub? Ich habe doch gerade gesagt, dass mein Ehemann arbeitet. Er ist ein Künstler. Ein sehr talentierter. Und er nimmt sich so viel und er sorgt sich so sehr um uns. Er ist ein toller und wundervoller Ehemann. Es tut mir leid, ich habe vergessen zu erwähnen. Ich habe vergessen, dass Sie das bereits erwähnt haben, was er arbeitet. Es tut mir leid, es tut mir leid. Dir tut es leid? Nein, tut es dir nicht. Denkst du etwa, ich bin dumm? Na, habe ich recht? Eine alte, fashionate, gutaussehende Hausfrau, die nichts über die Welt weiß oder eine stylische. Aber ich habe Neuigkeiten für dich. Ich bin eine wundervolle Mutter und die beste Frau, die es geben könnte. Ich kümmere mich um meine Familie, um mein Haus. And no hairlord will distract me. Und niemand wird mich beleidigen oder mir etwas unterstellen. Bitte ich! Halt dein Maul, du! Oh mein Gott, du bieb, bieb, bieb! Ich werde dir deine Zunge rausschneiden. Aber was steht da gerade? Habe ich das gerade richtig übersetzt? Jetzt wird die aber ganz schön böse. Okay. Oh mein Gott! Ich glaube, wir haben die falsche Auswahl getätigt, ne? Oh mein Gott! Wo ist meine Zunge? Diese Verrückte hat mir meine Zunge aus dem Mund. Oh mein Gott! Was ist das? Was spielen wir denn hier? Um 15 Uhr. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist ein Albtraum! Ich muss sofort aufwachen! Und wenn es keiner ist, dann muss ich sofort raus aus dem Haus. Um Gottes Willen! Was ist das denn hier? Sie hat mich ausgezogen. Oh, wer ist da? Oh, das ist doch bestimmt die Tochter, ne? Aus dem Keller. Die hilft mir. Sie lässt mich einfach gehen. Das ist 100 pro die Tochter. Und der wurde auch die Zunge rausgeschnitten. Warum hilft sie mir? Ist sie auch eine Gefangene? Oh Gott, Yotanga macht mich ganz wild. Meine Zunge! Ich habe meine Zunge mitgenommen. Okay. Uiuiui, ist das unangenehm. Ich muss meine Klamotten finden. Das musst du definitiv. Oh, look at that chicken ass. Oh Mann. Wo sind meine Klamotten? Und warum wurde mir der Mund die Zunge rausgeschnitten? Oh Gott, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Like, wie hast du das schreibst? Das ist schrecklich einfach nur. Oh mein Gott! Armes Mädchen. Das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar. Das ist wahrscheinlich das Haustür. Was ist denn das für ein Spiel, Mann? Oh shit, okay. Da ist nichts drin für uns. Sehe ich jetzt mal, was mir passiert als nächstes. Oh, da sind Blutstropfen. Da geht es noch tiefer runter den Keller. Ich weiß nicht, ob ich da lang will. Ja, mein Cutter wird wirklich Spaß haben an der Zensur, Mann. Also, Greta ist mental nicht stabil. Sie kann sehr freundlich sein oder... Ihre Tagebücher lesen sollte helfen zu lernen, wie ich mit ihr umgehen kann. Das machen wir jetzt gleich mal. Wir lernen jetzt mal... Oh, da ist sie ja. Okay, sie ist anscheinend nicht so ganz stable. Wir lesen jetzt mal komplett ihr komplettes Leben, was sie sicherlich nicht aggressiv machen wird, um dann zu checken, wie wir das alles... Okay, das Tagebuch von Greta. So, da ist eine Frau in einer der Zellen. Mutter hat ihr die Zunge rausgeschnitten und ihre Klamotten weggenommen. Sie sieht aus wie eine nette Person. Ich würde gerne mit ihr befreundet sein. Vielleicht helfe ich ihr und vielleicht werden wir Freunde. Oder, I guess I will have to... Oh, vielleicht... Oder, ansonsten muss ich sie enthäuten. So wie Mutter es mir befohlen hat. Oh mein Gott. Das Tagebuch von Greta. Gestern war mein 22. Geburtstag. Wie immer habe ich kein Geschenk bekommen. Das heißt, ich muss mir ein Geschenk geben. Sometimes, manchmal verliere ich die Kontrolle. There seems to be another Greta. Das gibt eine andere Greta in mir drin. Eine sehr schmutzige. Oh je. Mutter hat meine Zunge rausgeschnitten, weil ich sie gefragt habe, ob ich echte Freunde haben kann. Voll die harte Strafe. Guess I will have to stay here and play with my... Also ich muss hier mit meinen... Untenbleiben mit meinen Puppen spielen. Für immer. Okay, so. Das haben wir jetzt gelesen. Das ist gut. Hier ist noch ein Tagebuch. Diaries. Mama hat mir ein neues Haustier gebracht. Mama hat den Zwilling ein neues Haustier gebracht. Das macht mich sehr traurig. Sie wissen nicht, wie man mit Haustieren umgeht. Ich muss etwas tun. Diese armen Tiere brauchen Hilfe. Du hast ein weißes Kleid auf der Puppe. Soll ich es nehmen? Ja. Du hättest Greta fragen sollen, bevor du es nimmst. Ist ja gut, Girl. Entspann dich. Alessa ist tot. Und es ist deine Schuld. Nochmal. Ja, ist ja gut. Ja. Englisch. Load. Load. Also, ich bin sehr gerne dein Freund. Try to hug her. Shake her. Kiss her on the cheek. Ignore her. Soll ich sie direkt küssen? Küssen. Küssen. Du hast kiss great. Du hast sie auf ihre Backen geküsst. Sie wird rot. Oh, süß. Greta ist jetzt freundlicher. Die Arme. Darf ich jetzt? Was kann ich jetzt noch machen? Oh, sie mag mich. Sie wird blaschig. Kann ich es jetzt nehmen? Das ist ein weißes Kleid. Ich probiere es mal. I don't think... Ich glaube, es wird ihr egal sein, wenn ich es nehme. Danke. Oh, jetzt habe ich mein Kleid anziehen. Jetzt geht es mir wieder gut. Ja, ich habe endlich eine Unterhose an, Mann. Ist ja furchtbar gewesen, ey. Boah, das Game ist schon richtig... Ich weiß nicht. Ich habe immer das Gefühl, weil es Pixel-Games sind, trauen die sich immer krasser zu sein, als wenn du das jetzt alles detailliert machen würdest, wäre das ja horrible. Oh, süß. Okay, süß. Die mag mich jetzt. Das ist gut. Wir können gehen. Ich speichere jetzt mal. Das tue ich mir nicht nochmal an, ey. So. Okay. Ich habe ein bisschen Angst vor den Zwillingen. Also ein bisschen Respekt, definitiv. Gehen wir hier lang. Okay. A holy candle would keep the spirits away. Eine heilige Kerze wird die Geister weglassen. Ja, dann nimm dir doch eine. Warum kann ich mir keine nehmen? Ich werde wahrscheinlich sterben, aber ich probiere es. Du fühlst eine unangenehme Präsenz in diesem Raum. Ja, ich werde sterben, weil ich halt kein... Keine Kerze... Ah! Oh mein Gott, was haben die mit mir gemacht? Ja, ich weiß, es ist meine Schuld. Eigentlich nicht. Doch, eigentlich schon. Ich wusste, dass was passiert. Äh, äh. Äh. Okay, alles ist gut. So. Ich habe das Kleid an. Ich gehe nochmal nach unten, weil ich glaube, dass ich notizen muss, dass ich eine candle brauche. So. Okay, ich habe es gelesen. Ich gehe. Es gibt ja noch einen anderen Keller. Da war doch noch ein anderer Keller. War der nicht hier? Ja, da. Ach, shit. Seid ihr die Zwillinge? Eine Riesenpuppe. Und noch eine. Es ist noch die Zwillinge, oder? Giant Doll. In einem Rollstuhl. Okay. Gut. Schau wieder. Mal hier lang. Gott, keine Ahnung, wohin. Jetzt komme ich schon wieder hier an. Ah, okay. Okay, okay, okay. Ist ein Labyrinth. Ich habe alles im Griff. Was ist das hier, bitte? Okay, keine Ahnung, was das ist. Aha. Ein Bronze Key. Ah! Oh Gott, Hilfe. Ah, das ist bestimmt da, um die zu blocken, ne? Someone is coming. Be careful. Oh Gott, was, was, was? Oh Gott, das ist Kreta. Was habe ich denn Kreta getan? Kreta! Warum? Kreta. Du dumme Sau. Okay. Ich glaube, wir müssen den Key holen, uns da verstecken. Und sobald sie hochrennt, wahrscheinlich, weil wir das, also wird es ja wirklich irre. Also, man will es ja auch nicht befreundet sein, oder? Das ist wahrscheinlich die böse Kreta, ne? Von der, die erzählt hat. Die jetzt gedacht hat, ey, geil. Let's kill den. Und die ist sehr schnell. Okay, let's go. Oh Gott, Hilfe. Das ist so eklig. Oh Gott. Oh shit. Oh Gott. Ich glaube, wir sind gleich am Arsch. Ich will speichern. Geht's in ihren Raum. Bevor die kommt, schnell. Oh Gott. Oh Gott, Hilfe. Hä? Aber die ist ja hier. Hä? War es eine andere? Wofür brauche ich den Schlüssel jetzt? Vielleicht für unten? Die Tür geradeaus durch? Ach, das sind doch Zwillinge. Stimmt. Ah, nee. Geht's nicht lang. Okay. Dann ist, aber das ist doch die Tochter, die im Keller lebt. Die Zwillinge, hat sie gesagt, sind doch gerade im Zimmer spielen. Ah, hier kann ich wieder hoch, oder? Wo zur Hölle bin ich hier? Das ist einfach nur Hell. Ach ja. Lass mich speichern, bitte. Genau, die Zwillinge sind doch zwei Jungs. Die haben wir noch nicht getroffen. Die Musik, ey. Okay, ist das irgendeine Art Rätsel hier? Okay. Ich will hier raus. Plastikpflanzen. Ist leer. Was geht hier? Oh Gott. Bitte tu mir nichts. Ich bin ganz lieb. Die Musik ist geil. Eine Kettensäge. Sieht so aus, wäre sie kaputt. If my father saw me using some... Ah, wenn mein Vater mich sehen würde, dass ich mit sowas rumspiele, wäre er sehr sauer. Was macht eine Kettensäge hier? Und die kann ich jetzt nicht nehmen? Warum liegt die dann hier? Ich muss die doch mitnehmen. Warum kann ich die nicht mitnehmen? Oh mein Gott. Super Bild. Okay, Speicher. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Okay, das muss irgendwie aufgehen. Hier komme ich. Oh nein, das sind die Zwillinge, oder? Oh Gott. Ich habe doch einen Bronze-Key. Kann ich das damit nicht öffnen? Warte mal. Wie komme ich nochmal? Hier Items? Meine Zunge, ey. Nee, ich kann es hier nicht verwenden. Okay. Oh mein Gott. Oh Gott. Schau mal, Bruder, ein weiteres Spielzeug, mit dem wir spielen können. Lass sie uns festbinden und ihre Gliedmaßen entfernen. Dann können wir uns in ihren... ...Rauchnabel reinpulen. Was muss ich denn da übersetzen? Das ist wirklich pervers. Und ja, es ist meine Schuld. Vielleicht noch mal, ich sage es auch. Lass uns wo reinpulen, Leute, komm. Ja, Mr. Lösungsbuch fand es witzig, mich hier reinzulocken. Du Sadist. Okay, das heißt, wir brauchen die Kettensäge. Und die Kettensäge ist bestimmt dazu da, die beiden zu trennen. Und zwar gewaltvoll. Wette ich mit dir. Wir müssen bestimmt mit der Kettensäge die beiden, äh... Okay. Töten. Wette ich mit euch. Müssen wir nochmal runter. Zum Rätsel. Was ist das für ein... Aber ich mag das Game. Ich weiß nicht. Ich mag solche Games. Ich mag so crazy Games einfach. I love it. So, jetzt müssen wir gucken. Blau muss zu blau. Gelb muss zu gelb. So. Erstmal gucken, ob das hier wirklich so stimmt. Ist das hier gelb? Nee, ist rot. Ich muss noch eins weiter. Puh. Das muss hier rüber. Ja, easy. Wenn ich mal sage, dass ein... Äh, dass ein Ding easy ist, ein Rätsel, dann heißt es was. Oh nein, ich mach's schon wieder falsch. Ich bin so doof. Ich sag nix mehr. Boah, die Musik, die geht ja richtig steil. Habe ich gerade gesagt, dass das Rätsel leicht ist? Ich sag nie wieder irgendwas. So, jetzt aber. Meine Musik geht echt steil. Aber sie passt zu diesem ganzen Szenario. Ich muss sagen, dieses Game ist jetzt auch tatsächlich nur... Also, ich find's halt geil. Es ist halt 2D und trotzdem find ich's ultra gruselig und creepy. Man kann sich's mega gut vorstellen. Es braucht nicht immer diese hochauflösenden Grafiken. Wisst ihr, was ich mein? Ich glaube, ihr wisst, was ich mein. So. In der Tat. Ja, es gibt echt viel geile 2D-Games. Ich muss sagen, früher war ich voll so voreingenommen und hab mich nie auf die Storys eingelassen. Aber das sind oft einfach richtig gute Games. Wirklich. So, okay. Easy, easy. Lemon squeezy. Ich mit diesem Kleid hier. Ich bin so arm. Irgendwie keine Zunge. Mir geht's aber scheinbar noch richtig gut. Okay. Okay. Wo ist jetzt hier was passiert? Ist jetzt irgendwas... Oh, ist das jetzt hier aufgegangen? Ah, nee. Oh, hier war ich auch noch nicht, ne? Oh, Gott. Die Tür war vorher noch nicht da, ne? Hilfe. Alessa, the lonely lady. Also Alessa, die einsame Frau. Schön wie immer. Creepy Sonntage. Du brauchst Traurigkeit. A, B, C, D. Alessa, gelb, äh, blau. Beautiful, rot. Creepy, grün. Und du, orange. Was sagt mir das jetzt? Irgendein Code für was, ne? Die Gitterschläbe wurden entfernt. Ja, stimmt. Hast recht. Vielleicht auf der anderen Seite auch. Die Musik. Oh ja, hier tatsächlich auch. Nice. So, ist mit einem Schlüssel versperrt. Habe ich den nicht? Ne. Ich mag, wie gesagt, die Geräusche. Es erinnert mich sehr an Silent Hill. Und ich liebe Silent Hill. Ah, den Bronze Key. Hierfür war er. Oh Gott. Lass es mal Licht anmachen. Hier ist, glaube ich, auch ein Speicher drin. Nein, das ist nicht. Okay, ein Fernseher. Wenn du ein Videotape hättest, könntest du sie abspielen. Habe ich aber nicht. Ars Geotia. Die 120 Tage auf Sodom. Dagon. History of the Necronomicon. Mhm. Was ist das, was ich denke? Was das ist? Okay, ein Stuhl, ein Stuhl. Geht noch nichts. Braucht ein Videotape. Habe ich immer noch High Heels an oder was Patsche hier so rum? Oh mein Gott, ich bin wieder hier. Ah, nice. Der geht hier auch. Oh mein Gott. Was geht hier vor sich? Was ist denn das? Bitte töte mich nicht. Okay, er schreit einfach nur. Okay, ähm. Lass dich nicht stören. Es ist einfach nur ein Bart. Aber mir muss es doch irgendwas geben, oder? Was macht der? Der schreit mich einfach nur an. Kann ich dem irgendwas geben? Aber ich kann ja nicht mit dir reden. Ich muss ja doch irgendwas machen. Kann ich dem meine Zunge geben? Hey Bro, hört sich vielleicht komisch an, aber hier meine Zunge. White Dress. Bist du meinen Schlüssel? Nee, ich kann dir noch nichts machen. Okay. Geht hier vielleicht noch was auf? Oh, hier war ich auch noch nicht, ne? Ein Bucket. Oh, was ist im Kühlschrank? Hm, es riecht nach Tod. Ja. Oh ja, den Bronzekiel. Damit mache ich echt alles auf. Oh mein Gott. Es ist leer. Wie konnte ich das nicht riechen, als ich hierher gekommen bin? Hier sind überall Gräber. Oh Gott. Haustier Nummer 2. Haustier Nummer 1. Haustier Nummer 3. Haustier Nummer 4. Oh Gott, das ist so dirty. Okay, kann ich hier bitte runter, weil ich richtig Bock habe? Oh mein Gott, die macht es auch noch. Oh Gott, die liegt wieder im Buch. Ein Mechanismus in der Dunkelheit. A humid place. A dark humid place. Okay, hier komme ich nicht weiter. Ist das ätzend. Okay, hier muss irgendwas liegen. Irgendwas muss ich noch aufgeben. Ja, von den Zwillingen. Wie absurd einfach nur. Okay. Es war ja auch noch irgendeine heilige Kerze, die ich gebraucht habe, ne? Wir erinnern uns. Heilige Kerze. Vielleicht gibt es noch irgendeine Tür, die wir öffnen können. Mit unserem Schlüssel. Oder ich komme einfach mal raus hier. Hier gab es doch noch mehrere verschlossene Türen, oder? War das nicht hier was? Nee. Ach stimmt, wir haben ja noch einen Code, ne? Ah, hier der Bronze Key. Naja, gruselige Puppen. Vor allem von jeder Puppe so einfach die gleiche 10.000 Mal. Hier sind überall Knochen. Das sollte mich eigentlich beunruhigen. Aber mich beunruhigt gar nichts mehr. Ich habe einfach keine Zunge mehr. Mhm. Was gibt's hier? Nix. Okay. Dann gehen wir mal hier runter. Oh Gott, es geht immer. Wie groß ist dieses Haus? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, woher kommt der Schleim? Will ich's wissen? Oh Gott. Das ist so furchtbar, wenn du barfuß auf so ekligen, nassen Gittern rumlaufen musst, und dann ist da noch so Schlonze dran. Hier ist irgendwas. Ein Schalter. Somewhere is something happening. Eine Tür ging auf. Ah! Oh Gott, found you. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah! Oh mein Gott. Wie soll ich denn das schaffen? Ich habe nicht gespeichert, ne? Oh nein, sie geht nicht hoch. Scha- Oh Gott. Oh Gott. Ich habe nicht gespeichert. Oh mein Gott, ich habe nicht gegessen. Das Blöde ist, ich weiß überhaupt nicht, wo ich das letzte Mal gespeichert habe. Verdammt. Also, Memo an mich selbst. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Was habe ich jetzt überhaupt gemacht? Ich habe ja überhaupt keinen Überblick mehr. Nein. Äh. Keine Ahnung. Oh je. Jetzt muss ich das Rätsel nochmal machen. Habe ich nach dem Rätsel nicht mehr gespeichert? Ernsthaft? Really? Oh Gott. Okay. So, Hebel drücken. Oh Gott, Hilfe. Oh shit. Ich glaube, das war schon schlecht. Oh Gott, wie gemein. Oh Gott. Sie kommt nicht mit, das ist gut. So, und es sind bestimmt hier die Gitterstäbe aufgegangen. Yes. Da liegt was. Shotgun Shells. Shotgun Shells. Aha. Aha. Das heißt, ich kann hier den Final Countdown machen und die abknallen. Sehr gut. Jetzt brauche ich noch die Shotgun. Jetzt brauche ich noch die Shotgun. It's the Final Countdown. Bili-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di. oh gott wie so mein mund irgendwie so gefühlt zugenäht ist soll ich jetzt keine kein ding mehr habe stimmt hier waren wir auch noch nicht sie auch noch abchecken use the bronze key voll schön hier draußen eigentlich eigentlich meine ganzen pets sich die mal notice hier sind noch weitere gräber ausgehöhlt kann es sein ach nice ist jetzt auch offen nice 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 was ist da jetzt oh gott ist wie so ein schreckliches farming game irgendwie kann es sein dass hier mein mann arbeitet also ihr mann gott so große flächen sind gar nicht gut kann ich mich hier nachher irgendwie verstecken lockt ok ok es heißt mir fehlt noch ein schlüssel für einmal die tür wo ich herkam und hier auch i need keys mir fehlen schlüssel leute what should i do ah hier war ich noch nicht oh oh nein sag nicht dass die jetzt auch um latscht ein silberner schlüssel shit die latscht jetzt auch um safe call oh no oh no ok da hinten war nämlich eine tür da muss ich bestimmt mit dem schlüssel rein oh gott die kommt jetzt bestimmt gleich i know it i know it she will come oh gott verdammt das geht ja gar nicht mit dem schlüssel ok ins haus im haus waren doch noch verschlossene türen die sogar einige da finde ich jetzt bestimmt das tape so let's go here inside so bei dem tape bei dem esstisch da war noch mehrere versperrte vielleicht noch mal speichern hier war nix ane genau ganz oben war doch noch eine verschlossene da speichere ich auch gleich noch mal müssen gucken ob das geht und bei dem tape war auch noch eine versperrte tür weiß ihr euch erinnert wie gesagt das ist ein sehr großes haus ich hatte gar keinen bock mich hier mit irgendwem wo zu treffen weil es jetzt der silberne schlüssel oh mein gott was ist das so viele ketten das muss sein muss ein weg geben zu öffnen ist hier etwa woher kann ich mich schon verstecken ist hier etwa die haustür ok wenn hier schon mal ein speicher ist wir machen das jetzt einfach also ich soll quasi die puppe begrüßen stoppen beim zweiten stuhl das skelett grüßen nach süden gehen stopp bevor vor den äh skelett stoppen stoppen stopp at the second chair can you see it now nee oh hier ist ein ball das ist ja mein ball den hatte ich eines tages wie kommt der hier her da habe ich den ball genommen ok was zur hölle ist das sky forest sunblood sun forest sunblood sky forest blatt was gut dass wir gespeichert haben oh mein gott ja es ist meine schuld ich habe einfach nur das spiel gespielt verdammt ich bin ein bisschen geschockt zwar wir holen noch mal den ball und speichern das ganze werden das sicherlich noch öfter machen ok ok let's go so oh verdammt so soll das heißen sky forest sunblood heißt es ich muss in den farben gehen sky forest sunblood und dann war es ja rückwärts ne shit warte ok das sind quasi die farben wie ich gehen muss ich fotografiere mir das jetzt mal ab ok sky forest sunblood ok dann gehe ich sun forest sun sunblood sky forest sky sky forest sky uh blood water sun oh gott wie ätzend okay das war aus versehen das war aus versehen die ist so weit nach hinten gegangen die doofen muss selber schuld das war nicht meine schulds habe ich nicht gesteuert so many ways to die so also sky forest sunblatt dann war es dann haben wir es dann vor ist dann blatt und dann kommt dann kommt forest dann blatt die forest okay auch gott da muss man echt schnell drücken sonst stirbt man okay nie wieder never ever direkt speichern niemals mehr macht das noch mal so okay let's go ruhig bei danke like da war doch irgendwas gestanden auch moment so also hier greeter doll stop at the second chair okay also read the doll okay okay wo war die puppe so greet the doll a very creepy doll stop at the second chair ja chair am zweiten great greet the skeleton ja go south also nach unten jetzt ne nie ohne nach unten stop for the bones shit das war falsch oder hier stop for the bones stop at the second chair can you see it now was wäre passiert wenn ich das nicht gemacht hätte wäre ich wahrscheinlich gedeiht ne horrible okay i left some ammo near the sewers i'll be waiting hat irgendjemand hat munition hinterlassen shotgun i could use this shotgun to open the main door and get out ich konnte die shotgun benutzen um hier raus zu kommen or i could wrench and kill this family oder ich könnte quasi die familie töten wie auch immer i wouldn't like ich würde äh greeter nicht töten also ich habe jetzt die wahl die tür zu öffnen oder die kreter und ich mache jetzt beide enden wir machen einmal die tür muss jetzt genauso wieder zurück ich weiß es nicht ne ich gehe jetzt vorsichtshalmer wieder genauso zurück ich könnte mir vorstellen dass das spiel nämlich so gemein ist dass sie dich sonst töten oh gott so speichern ich habe irgendeine tür gehört so erste speicher zweite speicher so wir machen jetzt erstmal entkommen und danach rechnen wir uns okay so yes ich könnte abhauen oder ich könnte greta sagen dass sie mit mir entkommen kann ich hau jetzt erstmal ab ich würde dir gerne glauben alessa aber die polizei checkt das haus und es war leer oder hat es gecheckt niemand hat dort drin gelebt schon sehr lange nicht mehr und da waren auch keine körper sie glauben dass du dir selber die zunge rausgeschnitten hast oh gott es tut mir leid aber du musst auf jeden fall zur psychiatrie oder zum psychologen und du wirst auf jeden fall nicht mehr in der lage sein hier für uns zu arbeiten außer es gibt da es gibt jemand der dir glaubt ein potenzielles äh potenzieller zeuge er möchte mit dir sprechen alessa ich werde ihm sagen dass er jetzt reinkommen soll bestimmt der dr bob sir sie können reinkommen ja nein 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 du das kann nicht sein keine sorge alessa ich werde mich jetzt um dich kümmern für immer oh gott aber geil okay wir werden es jetzt noch rächen okay ich will es nicht akzeptieren es gibt die credits ja ending escaped nee ist mir nicht okay äh load wir gehen nochmal rein wir werden jetzt aber das zweite ende ist das jetzt aufzuschießen und dann zu greta zu gehen weil die ist ja mein zeuge dann eigentlich so okay dann holen wir jetzt noch die greta die holen wir jetzt noch wo war die denn nochmal gott ich weiß es gar nicht mehr wie kommen wir denn da nochmal runter greta du warst nie für mich da immer hast du mich verlassen doch ich kann dich nicht hassen brauchen wir nicht auch irgendeine heilige kerze oder sowas und die tür irgendeine tür wollte ich doch noch öffnen sind ja noch nicht fertig mir fehlt ja noch ein tape ja hier ja look at this hier kann ich ein lied spielen bestimmt der code wie war nochmal dieser code im spiegel das könnte nichts bringt bringt uns nichts hm was a b sagt ihr a oh hat das jetzt funktioniert also ihr sagt a b c d f ne haben wir nicht a b c d verarsch mich nicht okay wie komme ich denn nochmal zu der hin und die chainsaw geht ja auch nicht kann ich die zwillinge umbringen warte mal es gibt ja irgendwie noch so viel zu tun meine ich noch auch irgendwie speichern wir einfach mal die geht auch nicht auf was war hier ah ich habe den silver key verwendet mein ehemann ist hat etwas im locker versperrt also in der schublade ich weiß das passwort nicht aber wir wissen es so wie war das nochmal 2 2 4 3 yes videotape oh die musik hat aufgehört und da kommt da poppt irgendwas auf so okay geil so das videotape ziehen wir uns jetzt mal rein davor speichere ich aber mal das videotape zeigt uns bestimmt irgendeinen musiktitel die musik ist ja doch okay chainsaw müssen wir uns merken das ist einfach nur dieser raum okay videotape da kriegen wir bestimmt dann die musik gleich raus yes oh das bin ja ich meine eltern streiten sich immer ich hasse sie ich möchte eine andere familie ich möchte ein anderes haus genau das war es ne ich erinnere mich an diesen tag aber wer könnte das aufgenommen haben haben sie mich schon die ganze zeit über beobachtet ja haben sie kann ich es nochmal abspielen okay ist einfach nur das gleiche ähm wir gehen nochmal in den musikraum die community ist sich ganz sicher dass es a b c d ist aber ich weiß nicht wie er darauf kommt warum gab noch ach stimmt ach jetzt weiß ich wie er drauf kommt das war doch ah das war doch das in dem buch gestandene ne über mich ah ihr schlauis diese farben ah 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 ihr schlauis ja was ist jetzt passiert irgendwas muss jetzt passiert sein aber wo ist irgendwas aufgegangen treppe in der mitte da ist ne treppe ah die ganz oben ne um mich jetzt zu rächen kann das sein hm ihr kleinen perversen ihr kleinen perversen sadisten hey im raum hinter der klavett ah ok warte ich speichere mal kurz die treppe beim klavier da hab ich überhaupt keine gesehen warum warum seid ihr so gut in dem verdammten game gerade ihr habt das noch nie gespielt ok 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 wir gehen hin da ist ne treppe gespawnt das hab ich nicht gesehen ach so ist ja witzig alle im chat auf einmal aufwachen so alle leute die so zuschauen alle schreiben auf einmal rein hier zum ersten mal gechattet oh wie geil oh witzig die leute sind schon entsetzt ich konnte sie das nicht sehen ach hier ja aber ganz ehrlich leute wer soll denn das sehen so eine heilige kerze ok jetzt können wir zur runter die heilige kerze der nachhaltigkeit so die heilige kerze war irgendwo noch mal hier im keller oh geil ah speichern wir gleich mal krass man kann das spiel voll früh beenden oder man spielt einfach noch aber das ist gut weil mich hat das gestört dass wir noch Sachen offen hatten so heilige kerze der nachhaltigkeit die heilige kerze war hier unten so das heißt ich muss die heilige kerze jetzt ich fühle eine unangenehme präsenz kann ich die heilige kerze jetzt bitte in die hand nehmen ne nehmt sie die bitte selber in die hand brauche ich ein feuerzeug muss ich die oben erst anmachen so hm oben anmachen nee hier eine heilige kerze lässt die geister weg wir trennen die zwillinge naja ich hoffe ich finde hier ein teil mit der chainsaw achso ich hab die schon deswegen oh ne ah doch 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 hat funktioniert hat funktioniert gut silver key benutzt oh mein gott goldener schlüssel wofür ist der wofür ist der goldene schlüssel ich hab überhaupt keine ahnung wo noch ein goldener schlüssel war weiß das jemand von euch noch could you remember tür im keller keller wo hier ne da war die gehäutete speichern ja ihr habt recht ich hab hier grad einen klacken gehört hier kam ich ja her das war mein ursprungs point hier glaube ich glaube ich ja das war mein raum die rote tür im keller boah wo war denn das nochmal was war das hier noch ein speicher das kommt gerade gelegen so rote tür im keller wo die tür nach den vielen großen flächen im garten im garten garten unten hithof ich störe euch mal nicht weiter das ist furchtbar das loch aber da war doch gar keine ah doch stimmt oh gott ihr habt recht oh gott wie könnt ihr euch das merken wow ich bin beeindruckt stimmt da war ja was ja und speicher okay ich muss die also alle finden und abknallen oh gott jetzt let's go du dumme nuss du schau wieder ich bin ich bin es leid dich die ganze zeit dich hässlicher zu sehen oder die ugly mug was für ugly hässliche fresse es ist zeit dem ganzen ein ende zu setzen ja okay never mess leg dich niemals mit einer jugendamt äh mit einer sozialarbeiterin an sehr gut so dumme nuss okay sehr gut mr bob nein das kann nicht sein er ist der vater ja das war doch eigentlich klar oder so jetzt müssen wir über die chainsaw wieder beleben leute ich würde jetzt gerne die chainsaw wieder beleben um äh um die zwillinge muss ich jetzt auf jeden Fall mit der chainsaw niedermetzeln vielleicht kann ich die jetzt sogar nehmen das probieren wir jetzt einfach mal dann muss ich nur noch den vater killen aber ich habe jetzt ja gar keinen schuss mehr oder so dann gucken wir mal ob wir die chainsaw holen können oder habe ich noch einen schuss probieren sie einfach mal so jetzt gibt es rache und muss ich dann vielleicht die kreta noch am ende holen wahrscheinlich ich sehe immer like ich schreibe immer irgendwas rein so die chainsaw wäre schon was feines jetzt ich glaube schon dass wir jetzt unsere meinung geändert haben gegenüber der chainsaw okay it's broken aber ich habe nichts zum reparieren okay das tape habe ich schon angeschaut ich speichere kurz und probiere mal die da drin umzubringen sonst hole ich die kreta die geht es noch nicht hoch ah die mutter schon weg die ist durchgestrichen so kann ich die jetzt auch eliminieren ich glaube ich brauche dafür die shotgun eat this ah geil ich kann die auch abknallen yes okay ich kann die echt aber wofür ist dann die chainsaw ich dachte ich muss die damit trennen okay so sie sind tot ganz schön brutal so die sind jetzt auch durchgestrichen jetzt muss ich den vater noch finden beziehungsweise genau speichern kann ich jetzt noch mit der kreta irgendwie abdampfen oder muss ich jetzt zur kreta ah der körper der da lag ja so wir müssen den vater noch finden ich glaube ich gehe jetzt zu kreta nee ich glaube die kann man nicht nehmen leider die kettensäge das war hier noch mal okay ein speicher ja warum nicht bin ich näher hier ich glaube du musst diesen geist töten meinst du der da unten rumrennt wir gehen jetzt mal zu kreta und checken mal die lage ab hey kreta deine komplette familie ist tot willst du mit uns mitkommen warning your actions might change the ending you get so you might want to back up a file ah okay also ähm ich habe jetzt schon eine file deswegen können wir es machen also ich habe die möglichkeit sie jetzt mit ihr zu sagen ich will gehen oder sie zu töten wir töten sie jetzt mal oder nee komm wir fragen ob sie mit uns mitkommt alessa schreibt auf ein papier folge mir lass uns entkommen zusammen kreta akzeptiert okay nice so wir gehen jetzt zusammen ist schon cute okay so dann hauen wir mal ab wahrscheinlich kommt jetzt der vater noch als endboss die arme ist sie auch blind kann das sein sieht so aus wäre die auch blind komm let's go wir wollen hier raus und danach schieße ich dann vor dir ab ich hoffe die dreht nicht durch ne wir gucken jetzt mal wie das ende ist wenn die mir dumm kommt dann knall ich die auch ab und gehe ich habe es geschafft die polizei anzurufen sie werden bald wir werden bald was von ihnen hören aber kreta das sind nicht aber kreta muss nicht mehr zurück sie lebt jetzt bei mir oh gott das ist gruselig vielleicht würde eine dusche uns helfen uns zu beruhigen ich glaube die bringt mich noch um die hat ja auch so ein so ein zweites gesicht schon ganz schön gewagt okay oh nein greta was machst du mit dem messer friendship okay ich mache jetzt noch eine laut file so die hier wir hauen jetzt mal ab wir töten die jetzt mal und dann wenn wir sie getötet haben hauen wir mal ab und lassen sie leben und dann lebt halt nur noch aber ich glaube dann haben wir wieder das ende was wir davor hatten so ich kill sie jetzt mal sorry aber das wird nix kill her es tut mir leid aber wir hätten auch die möglichkeit gehabt tatsächlich so sie ist tot wir hätten auch die möglichkeit gehabt sie am leben zu lassen nur abzuhauen aber ich glaube dann kriegen wir das gleiche ende oder dass dann wieder er als zeuge kommt wo ist der vater eigentlich die treppe ah echt ich glaube die ist jetzt offen das check ich jetzt nochmal ja sonst hätte sie mich gekillt die frage ist wer läuft oh oh ihr habt recht glaube ich it's the final countdown oi 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 ja okay dann gehe ich hier nochmal speichern aber auch im anderen so weil auf dem anderen haben wir noch die möglichkeit dass sie noch am leben sie entweder zu töten so jetzt beenden wir diesen nightmare you used the golden key in fein rib unterwäsche stieg ich empor um ihn zu töten meinen schlimmsten albtraum mr bob ich überlege was noch für ein ende geben würde ich glaube wenn ich alle töte oder wenn ich den vater am leben lassen gehe kriege ich wieder das ende von vorhin glaube ich warning having the ball and the holy candle in your inventory will change the ending you get if you want a really bad ending discard those items ah wenn ich ein sehr schlechtes item will muss ich also do not discard the item okay also das sind die zwei enden discard the item do not ich mache jetzt erstmal do not und danach machen wir okay dann haben wir nämlich alle enden okay bam arme arme alessa du bist durch so viel durchgegangen du hast selbst deine zunge verloren aber keine sorge ich werde mich um dich sorgen okay die heilige kerze wird dich stärken allow you to repel mr bobs power also das bringt das wird mr schwer tut mr bobs power schwächen und ihn zerstören yes anstrengend ja ein seltsames licht brachte alissa wieder nach draußen wer sie was sie aus dem haus raus humpelte muster bob and his family have been defeated and alissa managed to survive also die familie wurde besiegt und ich habe es geschafft zu überleben yes best ending ich will ihr glauben alissa aber die polizei hat alles danach abgecheckt und sie haben keine körper gefunden sie glauben dass du deine zunge selbst entfernt hast es tut mir leid dir das sagen zu müssen aber du musst es auf jeden fall zu psychiatrie und du wirst nicht mehr sozialarbeiterin arbeiten können ein doktor wird dir helfen deinen mund wieder hinzukriegen keine sorge um das toll ich habe es geschafft mr bob und seine familie zu eliminieren ich wollte niemals irgendjemandem schmerzen zu fügen zu schade dass ich nicht in der lage sein will zu sprechen ähm naja at least my mouth isn't sweet aber immerhin ist mein mund nicht mehr geschwollen oh furchtbar ich kann nicht mehr sprechen wie traurig oh voll arm why dann kriege ich glaube ich banner äh banner boy kriege ich das gleiche ende glaube ich da hat es geklopft es gibt die credits yes bravery ich war mutig wer hat denn da jetzt geklopft okay wir machen jetzt noch mal das hier und schmeißen wir alles weg so ich glaube wenn wir sie einfach nur im Leben lassen und den Rest tötet dann passiert wie das gleiche dass er am Ende kommt und für uns Zeuge aussagt das war kein sound ne es hat geklopft tatsächlich ich hab's auch gehört ne töte die andere kräter die böse wie kann ich die denn töten okay so dann äh discharge the items arme arme Alessa so jetzt haben wir keine Möglichkeit das macht keinen Unterschied okay oh mein Gott magst du deinen neuen Körper Alessa hahaha oh wir werden so viel Spaß zusammen haben wir werden beste Freunde für immer sein oh Gott furchtbar jetzt bin ich ein Teil der Familie ja trapped bin gefangen oh Gott es gibt noch zwei Enten allerdings hat das eine Ende nichts damit zu tun wenn wir jetzt die Kreta am Leben lassen und die böse töten das ändert nichts weil er kommt dann scheinbar wieder es gibt noch zwei andere Enten die wird uns glaube ich der äh likey noch schreiben ähm und wenn ich alle töte außer Kreta geht nicht weil wenn ich Mr. Bob töte dann endet das Spiel ja zwangswillig also deswegen ja es gibt noch zwei andere Enten ähm ich würde die euch sonst einfach unten in die Kommentare anpinnen dann könnt ihr die euch durchlesen und ja also ich kann nur sagen geiles 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 Game hat mega Spaß gemacht I love it ich muss echt sagen ich lieb's ähm falls ihr weitere solche coolen 2D Games kennt ich glaube Cops Party hatte ich jetzt noch auf dem Schirm dann äh schreibt die mir gerne unten in die Kommentare ähm weil ich finde einfach 2D Games und das habe ich total unterschätzt haben echt geile Stories auf die Community ist auch begeistert ich hoffe ihr auch drückt das aus mit einem Daumen nach oben einen Kommentar würde mich auch sehr freuen und ein Abo und wir sehen uns in den nächsten sehr sehr kranken Games und wir sehen uns